Okay, da haben wir den B. Ich glaube, sollten wir mal ein paar Ups, Granaten benutzen. Erster Stock. Keine Munition mehr. Super. Boah, weg hier! Wie soll man da reinkommen? Come, 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 come. Yo. So. Wow Runter Boah, wie viele hier drinnen sind Oh Das ist unmöglich Entweder ich bin dumm oder Naja, ich bin eigentlich dumm Keine Ahnung warum, aber Oh, der hat nicht gleich noch verloren So Ich würde mal sagen Tunnelblick ist angesagt Äh, nein, Ikimo Ja, Tunnelblick Game saved Alle schießen hier rum Die 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 Und da seid ihr. Komm. So. Ich würde sagen, ich lauf einfach mal hier durch. Denn wir müssen das ja irgendwie machen. Oh, scheiße. Ich wette, ich lauf jetzt gerade in einen Hinterhalt. Aber das ist mir egal. Da ist noch einer. Und das... Boah. Da bist. Und du. Wo kommen die alle her? Ach so. Juhu. Das wird eine sehr viel längere Folge, glaube ich. Mit so einem richtig heftigen Häuser-Kampf. Oh, mein... Gott. Granat. Nein. Du... Ich fix mich nicht. Ich lauf mal. Ich glaube, die werden einfach nachgespawnt. Ohne... Ende. WAST. Mein... Gott. Das ist hier... Er... Er... Errichtig. Er... Errichtig heftig. Hier ist nichts Okay, wir sollen anscheinend zu den anderen stoßen Let's move, go, 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 okay Hi sir Noch habe ich Wow Keine Gute Scheißidee Nein Nein Boah Nein Boah, nein 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 Oh Komm, wir laufen nach hinten rum die auf einen zukommen na komm 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 ok Okay, jetzt müssen wir nur noch E kriegen und meine Mannschaft ist wie immer schon da, ohne dass ich was mache. Immer. Nein! Boah, ey, so langsam geht mir das echt auf den Geist, dass ich keine Munition habe und ich vergesse dauernd nachzuhalten. Das bin ich zwar selber schuld, aber egal, mir geht das auf den Geist. Warte mal kurz, ich muss mal etwas leiser ist das noch. So, ey, bleib unten. Weiter zu dem nächsten Lauf. Oh mein Gott. Ey, wo ist der hin? Okay, toll. Komm, 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 komm. Oh nein, das war gut. Boah, ich stehe hier gerade so ungünstig. Die flankieren mich ja total. Komm, komm, nachladen, nachladen. Oh mein Gott. Ho! Das war Lack. Lack und Lack und... Ups. Nein. Ich muss noch. Wie. Oh, fertig. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Viel Spaß beim nächsten Mal oder heute Abend. Je nachdem, was ihr macht. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Oh, scheiße. Keine gute Idee. Oh, scheiße.